Hallo, hier ist eine Route 126, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey zu Part 299, auch der letzte Part für heute, dann reicht's auch, ich hab gesagt, ich mach's bis 299, den Part hab ich jetzt erreicht, den mach ich jetzt fertig und dann passt's, dann ist auch Schluss für heute, weil dann reicht's irgendwo auch mal, so, das Geschenk, hm, 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 Schauen wir mal loslegen gehen hier, ah, es sind anzurücken, super, ja, der rennt hier schon raus, das ist gut, hoffen wir, dass nicht niemand wird, wow, das war knapp, wer rennt mir entgegen, und ich fang gerade hoch und dann vor dem konkreten, hey, ciao Auftrag erledigt So Tschüss, Josephine Das war's Ich hab ihn zu Hades geschickt, jetzt schick ich ihn wieder zu Klempner Hades So Jetzt hol ich mir gerade mal eine Belohnung ab, das war's Ja, und aber ich find's auch nicht schön, jemanden zu töten, nur weil die sich lieben, hallo Ja, und wenn's auch noch was dazu lesbens, auch was dazu lesben oder schwule sind, die haben das genau das gleiche recht sich zu lieben, als wie homosexuelle Alter, das ist nicht normal Aber, äh, nee, nee, aber ich, die, die, die spüren, die spüren, ernsthaft, weil ich manchmal spüren Och, Leute Dann komm mal her jetzt, und die nerven mich nicht weiter Och, ernsthaft, jetzt haut doch mal alle ab jetzt Mann Ich geh mir grad so auf den Sack gerade, die Leute Jetzt komm Perfekt Hier öffnen wir rein Hier müssen wir verstecken Hm Ah, das tut mir auch wirklich für diese Minuten auch wirklich so leid Das ist, dass wir, das sind auch viele, auch 15, 16 Minuten draus geworden, klar, aber Für die 12, dass das auch mal 12 oder 15 Minuten wurden, geworden sind, tut's mir mal leid Reden, das war's Du, hast du sie getötet? Ja Sie macht keine Probleme mehr Ich stehe zu meinem Wort Hier, deine Belohnung Hm Ich habe eine gute Mannschaft Doch uns fehlt jemand mit deinen Talenten Komm zu uns an Bord Was sagst du? Mit dir die Ägäis bereisen Nach allem, was du für mich getan hast, gern Oh, yeah Ja, okay Hm Weil ich schon 42 erreicht Genial Das, dass ich jetzt wieder in Kohle zugekriegt habe, ist genial So, dann renne ich gleich mal hier rüber Zur nächsten Aufgabe Hm Mal gucken Oh nein Ne 45 oder was Alter Ich war ja ernst gerade Los Rede Ja, ja Hauf Hm Hm Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachen entgeben Ja Jede Drachen, die du entbehren kannst, hilft Hier, nimm das Hm Quests abgeschaut Das ging jetzt super schnell Oh, das ging aber schnell Ich habe fast schon Ja Die habe ich fast erreicht, die Stufe Geil Die ist da habe ich schon fast mehr Ich weiß, dass ich jetzt fast die nächste Stufe erreicht Einfach Hammer Hm, warte Könnte vergessen, dass ich da noch was mache Boah, hier Spinner Ja Hm Was ist das jetzt wieder? Schiff Okay Hm Hm Puh Wo kann ich ganz richtig hingehen Das ist nochmal gerade Teil des Pegasus Ja, ja Schön für euch Ich glaube nicht, dass das gerade was bringt hier Die Schenke oder Schränke Hm Ich weiß nicht, genug Aufgaben zu machen Aber ich lasse das jetzt erstmal Wir wissen haben sowas mal Nein Ich lege Na Ich lege mann bin ich nicht dann machen wir mal hier ne wie ich Dinge ist über 300 Parts habe ich mit diesem Let's Play abgegriffen gerade Grund haben wir hier perfekt so mal gucken wir hier ich bin nicht mal gespannt ja hey ach Gott dann bin ich hier fast fertig damit den weg Junge das wird noch weiter gehen das kannst du vergessen Digga das kann ich vergessen das wird noch sehr viel weiter gehen ich bin noch nicht mal fertig mit dem Let's Play Alter ich hab noch nicht mal die ich hab noch nicht mal die passende Stufe ich hab noch nicht mal die 50 Stufe dass ich die anderen Gegner kalt machen kann ich muss bis 50 Uhr alles überhaupt machen kann auch zum alle vier Dinger da holen aber da drüben scheint irgendwas nicht zu stellen komm nicht wieder ich will nicht ihr zwei halt mal eure Klappe ihr habt hier mal nicht auf zu mucken gerade sonst habt ihr ein ganz gewaltiges Problem mit mir Hei Hi Du siehst stark aus kannst du mir helfen Kommt drauf an was du brauchst Information, mein Bruder Solon ist schon seit Wochen verschwunden Niemand hört mich an. Sie sagen, er sei weggelaufen, aber er würde mich nie allein lassen. Niemals. Er weiß, ich hasse es, allein zu sein. Wie auch immer, zuletzt wurde er in dieser Schule gesehen. Ich wette, sie hat irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun. Bitte, kannst du mir helfen und herausfinden, was mit ihm passiert ist? Ich sehe, was ich herausfinden kann. Du bist netter, als du aussiehst. Danke. Danke mir nicht zu früh. Meine Hilfe ist nicht ganz billig. Was? Du würdest von einem Kind Geld verlangen? Das ist nicht nötig. Alles in einem Preis. Boah, ernsthaft? Ist diese Entscheidung jetzt möglich? Sollen wir wirklich von einem Kind Geld verlangen? Hä, das kann ich nicht tun, ohne Witz. Ich schätze, wir könnten uns einigen. Ich habe nicht viel, aber ich würde dir alles geben, was ich habe. Das wird reichen. Ich glaube, der Gymnast könnte etwas über sein Verschwinden wissen. Aber pass auf, es heißt nämlich, er könne eine Chimäre mit seinen bloßen Händen besiegen. Oder, wie ist es, er sieht aus wie eine Chimäre bloß mit Händen? Jedenfalls solltest du lieber keinen Streit mit ihm suchen. Ich suche keinen Streit. Meistens findet er mich. Ja, schön. Dann schläfst du wahrscheinlich mit deinem Bruder oder was? Inzest sozusagen. Wenn du Spaß dran hast, mit deinem Bruder zu schlafen, bitteschön, dann mach's ruhig. So, Leute, dann beende ich jetzt hier den Part. Tut mir leid. Und jetzt tut mir auch wirklich leid, dass es auch wieder ein paar Folgen mit elf Minuten durchgezogen wurden. Sorry auch, aber die nächsten werden länger. Ja, klar, aber nicht 15 Minuten lang, weil die nächsten werde ich dann erstmal richtig länger aushauen, weil es sind ja auch viele dabei, wo wir schon 15, 16 Minuten haben. Deswegen, also dann... Vielen Dank.